So, wir wollen heute mal gucken, was sich hinter diesem bunten Dach aus der letzten Folge verbirgt. Wenn wir mal da hinkommen. Wenn wir da hinkommen. Oh, okay, wir gehen erst. Oh, ja, gut. Was machst du? Ich bin neugierig. Und jetzt? Da blubbert was. Was? Was ist das? Äh... Oh, Leute, hier kann ich bestimmt mit dem Boot fahren. Ne, das wollen wir noch nicht. Das hebt man zu später auf. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Ein wunderschönes Haus. Da, 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 da. Und hier geht's. Alter, wo komme ich hier überall hin? Da ist... Buntes Dach. Hier ist ein Laser. Da ist kein Laser. Buntes Dach. Buntes Dach. Wow, ein Gewächshaus. Dass ich nicht reinkomme. Läuft. Das heißt, hier gibt's einen anderen Weg. Mäh. So. Die Tafel kann man hoffentlich aktivieren. Ach du Scheiße. Das ist ja wieder... Äh... Irgendwie... What the f... Beim ersten Mal? Goal. Aber das ist ja dann soweit recht easy. Dann wär das so. Äh... Das wäre dann s... Ne, das sind die miteinander verbunden. Äh... So. So. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss. Äh... Das wäre dann s... So. Äh... Äh... So, das ist abgekapselt. Dann das Grüne. Grüne. So. Ne. Lila, Weiß, S... Das war falsch. Die Lilanen dürfen hier zusammen sein. Die Weißen auch. Das Grüne nicht. Äh... So haben wir jetzt angefangen. Dann machen wir... So. Dann sind die aber zusammen in dem Feld. So. Ähm... Ach komm... Maus so. Irgendwie muss das doch gehen. Ähm... Ja, man muss hundertprozentig so anfangen. Oder man macht das einfach so. Okay. So. Scheiße. Scheiße. Da geht's schon los. Äh, so. Nee. Okay. Also, das ist easy. Äh. Äh. Das ist schwer. Das hier ist gerade echt ein bisschen schwerer. So. Jetzt kriege ich das hier nicht mehr zu. Weil wenn ich das jetzt so mache, sind die verbunden. Außerdem sind die roten getrennt. Gibt's hier einen Hinweis? Nee. Ach, schade. Hinweis wäre jetzt echt gut. So. Dann werden die abgekapselt. Abgekapselt. Und ich das so mache. Dann kriege ich aber das hier nicht mehr gezogen. Das heißt, ich muss so anfangen. Dann muss ich aber so hier gehen. Ah, jetzt sind die und die gelben wieder. Äh. Ah, das ist nicht so einfach. Wenn ich das so mache, kriege ich dort den Mittelstreifen nicht mehr hin. Wenn ich das so mache, kriege ich unten das nicht mehr. Der Ansatz ist bestimmt schon richtig. Das ist gar nicht so einfach gerade. Vor allem man hat keine Hilfe. Was ist das? Was ist das? Nee, so geht das auf jeden Fall nicht, doch nicht. Äh, das geht so auch nicht, wenn ich so anfange, dann sind die Weißen und Blauen zusammen. Sagen wir mal, so, wenn ich so anfange, sind die Gelben und Blauen zusammen und die Weißen und Roten. Ähm, ich muss ein bisschen anders denken als hier. Das ist eigentlich egal. So, ähm, nee, das geht so auch wieder nicht. Das ist diese Ecke hier, die dann stört. Ja, das kann ich wieder nicht trennen. Das ist bestimmt ein ganz einfacher Lösungsweg hier. Ja. Wenn ich hier unten anfange, bringt mir das auch nichts. Zum Beispiel so mache. Nee, dann ist hier, na, hier hinten wieder offen für das Rot und Weiß sich begegnen. Sonst hätte ich das jetzt so hier gemacht. Aber das ist es halt nicht. Ich muss auch mal einen Schluck Kaffee trinken, ne? So. Ich weiß es einfach nicht. Das ist... Das ist gerade richtig schwer für meinen Kopf. Was? Warte mal, dann kann ich das auch gleich Soja machen. Ne, das geht so auch nicht. Und so ist es auch falsch. Und ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge dann weiter rumtüfteln. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye. Ja, 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 ja.